Okay, alle hergehört. Am 2. bis 12. gibt es quasi eine Open Space Veranstaltung. Da sind verschiedene Workshops angesetzt. Die Leute von Kursburg-Tentl ziehen um und wir tun eine Übergangsphase für die Schaffner, wo die dort sind. Und es werden verschiedene Workshops dort sein. Und einen Workshop tue ich ausrichten, das heißt der Friedensbewältigungs-Workshop. Und das ist für Leute aus der Friedensbewegung, die sich mal zusammensetzen wollen. Ich habe auch einen Moderator, Mediator da, um mal konkret, organisatorisch und so mal, wie wir uns mehr besser formieren für nächsten Frühling. Und ihr seid gerne eingeladen und ich würde den Mittwoch vorschlagen. Also Mittwoch wäre der siebte oder sechste? Siebte. 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 Ja, Mittwoch den siebten. Sagst du den nächsten Monat nochmal, oder? Oder ich weiß nicht, ob der sie ist. Genau. Wo steht der siebte? Ja, also ich habe jetzt den Link dabei. Also tut es einfach Lotus, Mosaik, Lotus mit zwei O, Mosaik eingeben. Mosaik. Ja. Und dort gibt es ihr, wenn ihr drauf seid, gebt es ihr in die Suchleiste Mosaik ein. Und dann findet ihr das Mosaik der Potenziale, das findet statt. Und darauf ist ein Raster, da ist auch am Mittwoch eingetragen, dieser Workshop. Und der ist am Karolinenhof. Genau. Der ist in Floridsdorf, in Jezeeler Straße. In der Bellgasse. Also Bellgasse, alles ist an der Ecke, wenn man gleich aussteigt vom Bus ist man dort am Karolinenhof. Und ich werde auch nochmal, am nächsten Montag, bin ich auch da vor dem Mittwoch und werde es nochmal zeigen. Und auf Facebook auch? Das ist jetzt einmal. Genau. Und das ist auch die Aktualisierung, wir sehen im Internet. Ja. Aktualisierung. Genau. Das werden wir sicher in den nächsten Tagen machen. L-O-T-O-S. Da wollen wir noch einmal schauen. Vicky. Lotus Vicky. Ach hier. L-O-T-O-S. Ich habe hier wieder gesehen! Ja. L-O-Tos Vicky eingehen. oder zusammen und dann kommt sie dort hin und das heißt Mosaik der Potenziale und Potenziale mit Z. Immer mehr Informationen. Ja, freut mich, wenn ihr kommt. Es gibt drei Ebenen für diese Veranstaltung in den zehn Tagen. Die erste Ebene ist Kommunikation, das meint Dialog und achtsamer Austausch. Dann die nächste Ebene ist Kreation, Gruppen im Schöpfertum und die dritte ist Kontemplation, das heißt innere Einkehr und Selbstachtsamkeit und das soll das alles vereinen. Es ist quasi wie ein modernes Kloster und ihr seid gerne dazu eingeladen. Dankeschön! Ah ja, und wer Interesse hat dort Workshops zu veranstalten, der soll zu mir kommen. Wir haben da ein Space und ich tue quasi den Rahmen zur Verfügung stellen und wer Interesse hat einen Workshop dort zu machen, das ist möglich, auch ohne was zu zahlen. Es ist nach zahlen, was du willst. Okay? Danke. Ja, die wird man da durch. Ja, genau. Malen, alles ist dabei. Körper, Tanzen, alles. Genau. Florizor. Ja, Dankeschön, Leute. Noch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Es wird sich viel bewegen im nächsten Jahr. Und glaubts nicht, wenn sie in der Zeitung schreiben, 73% haben Angst vor 2015 Bullshit. Das ist Manipulation. Ihr seid euer Herr und wir gehen mutig voran. Danke. 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 Vielen Dank.